Nichts ist so kostbar wie die Zeit, die wir mit unseren Liebsten verbringen und davon hätten wir gerne mehr. Im Homeoffice arbeiten und gleichzeitig die Kids bei Laune halten? Kein Problem. Sich Zeit für sich selbst nehmen und gleichzeitig die neuesten Rezepte entdecken? Unbedingt. Bei den Hausaufgaben helfen und nebenbei was Leckeres zu essen zaubern? Kein Ding. Plätzchen backen und dabei nicht im Chaos versinken? Klappt prima. Zwei Gerichte gleichzeitig mit nur einem Thermomix kochen? Unmöglich. Doch, das geht wirklich. Denn wir möchten dir den Alltag erleichtern und dich täglich neu inspirieren und dir Zeit für die wirklich wichtigen Dinge schenken. Bist du bereit für unser neuestes Familienmitglied? Dann dürfen wir vorstellen. Thermomix Friend. Dein neues Zubehör für den Thermomix TM6 und TM5. Mit ihm kannst du ab jetzt durch paralleles Kochen viel Zeit sparen. Zum Beispiel bei Lasagne, Sous-Vide mit Beilage oder ganzen Menüs. Kopple deinen Thermomix mit Thermomix Friend oder übertrage die Zubereitungsschritte manuell. Thermomix Friend rührt im Linkslauf bis Stufe 2 und kocht bis Varoma Stufe Rezepte fertig, während Thermomix sich um den Rest kümmert. Passende Guided Cooking Rezepte für Thermomix Friend findest du auf Cookidoo. Thermomix Friend ist das beste Zubehör für deinen Thermomix. Gemeinsam zaubern sie komplette Menüs und lassen dir Spielraum für kreative Alternativen. Und das jetzt sogar gleichzeitig. Thermomix und Thermomix Friend. Ein richtig gutes Team, wenn du mal etwas mehr Zeit brauchst für all das, was du noch mehr liebst als Kochen.